Fahr mit dem letzten Fahrer Sturz zur Spitze des Turms, okay. Hi! Okay... Ich will wissen, kann ich wirklich abstürzen damit? Oh Gott! Toll! Toll! Und deswegen, verstehe ich nicht, warum habe ich so wenig Ausdauer? Weil ich brauche anscheinend viel mehr! Ich will nicht, dass du zu fallen. Nein, warte. Das ist genau das, was ich wollte. Okay... Ich kann nur vorstellen, welche anderen kreationen er hat. Wie soll ich da rüber kommen? Ich habe doch kaum Energie! Ich kann ja kaum richtig genug Sprit überhaupt was zu erreichen hier. Okay, ich will wissen, kann man wirklich fallen? Wie lange dauert das, bis das fällt? Warte, ich nehme mich noch nicht drauf. Wie lange dauert das, bis das fällt? Okay, es rappelt sehr, sehr lange. Das heißt, da oben ist eigentlich... Okay, es rappelt sehr lange. Also, ich kann schon ein bisschen länger draufstehen, als ich dachte. Ich kann mindestens vier Sekunden drauf bleiben, eigentlich, bis es wirklich fällt. Das ist mal, was da rauskommt bisher. Also, man kann wirklich lange drauf bleiben, bis sie wirklich fällt. Siehst du hier? Ja, es dauert wirklich lange, bis es fällt. Ja, es dauert wirklich lange, bis es fällt. Ich habe noch Zeit. Alles gut. Okay, Energie. Ich habe genug Zeit, also ich brauche nicht dashen, das ist mir auch gefallen. Treppen hoch muss ich dashen, das ist klar, weil die dauern sonst lange. Also, hier muss ich mal dashen. Und sonst, selbst wenn, nur ein bisschen dann. Den Fallstuhl soll ich nehmen? Okay. Los, wir schaffen das! Oh, es wird dunkel. Oh, es wird dunkel, Leute. Wir werden das Spiel sogar. Hahaha. Ja. Wohin würdest du mich killen, hä? Ein Boss? Oh. Hi, Slappy. Ja! Nix da. Oh, da kommen sie alle wieder. Super. Super. The technology he uses is shielding him. And my coil gun will be ineffective. My word! What are those flying orbs above you? Perhaps you can disrupt the shield by destroying them. Ah, die Hexen, das ist die ganze Zeit schießen. Oh, die ganze lange Katze schon wieder. Ernsthaft? Bubble. It's the last phase I need it. And it over. The technology he uses is shielding him. And my coil gun will be ineffective. My word! What are those flying orbs above you? Perhaps you can disrupt the shield by destroying them. Oh, ich hasse diese Echsen. Soll ich doch rückwärts laufen oder wat? I see you brought the book. How thoughtful. The last piece I need. I can't do anything I need. The last piece I need to know. And my coil gun will be ineffective. My wood! What are those flying orbs above you? Perhaps you can disrupt the shield by destroying them. Jetzt kommt, wo ich hinlaufe, dann ist... Ah. Mhm. Oh Gott. Oh, okay. You'll never outsmart me, Twist. Damn it. Ah. Was? Nicht alles normal, oder? Ah. Gar nicht nervig, ey. Gar nicht nervig. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich glaube, was schneller hat das. Was? Woher? Oh, ich hasse es. Ich kann nicht schnell weglaufen, weil meine Ausdauer, mein Tempogefühl, Schneckentempo ist. Wie soll ich da ankommen? Die Technologie benutzt als Schilding-Gift und meine Coil-Gun wird nicht effektiv sein. Meine Wälder! Was sind die fliegelnden Orbs? Vielleicht können Sie die Schildung und Sie sind meine Freunde von früher. Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Oh, ich muss das Ding hauen, das stimmt ja auch. Ach, keine Morse. Ach, keine Morse. Okay. Diese Hexen die ganze Zeit, ey. Oh Gott, du bist schneller gewesen. Du bist sehr viel schneller als der Rest. Geh weg. Was, du schon immer schneller als der Rest? Das ist gerade nur jetzt so. Wie beschützt ich mich von dir? Hast du hier so ein Ding oder so, was musst du machen? Aber muss die Hexen absperren, muss die Hexen loswerden, aber weh. Was könnte sein? Das könnte super gut sein, dass die Hexen loswerden, dass alle. So, die... Die Wurzel seiner Power so gesehen. Ah. Lebt doch einmal einer? Oder so? Nö. Oh. Nee. Wie besiege ich dich? Ich muss die Zauberdinge anbashen. Oh ja! Ah! Ah! Ich bin smart. Smartboy. Das war's. Oh, er lacht. Warum lacht? Wir haben es geschafft. Es hat uns nur fünf Stunden gedauert ungefähr. Oh Gott. Wir waren so langsam. Oh. Und wir haben nur einmal Hilfe gebrauchen. Das war bei dem... Bei den Seitenfinden. Weil da war irgendwas verbockt. Aber war lustig. Also, ich hab mit gesehen, das Spiel hat eine durchschnittliche Bewertungen. Jack Black hat er mitgemacht. Als Arrow Stein. Wirklich? Wow. Und Dan Foster. Okay. Ja, also... An sich war's okay. Ich fand die Idee... Ich finde die Idee gut mit dem ganzen... Game South wird real. Das ist cool. Kapitelauswahl. Oh, hier. Steins Haus, Gewächshaus und Tesla Turm. Ich glaube, von den drei gefiel mir am besten Gewächshaus. Machte ich ganz gerne vom Style her. Und Steins Haus war auch interessant. Ja. Okay. Aber wir haben es geschafft. Ey. Glückwunsch an uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn mir hat es auch gefallen. Es war... Ich war zu viel genervt, aber... Mit ein bisschen Hilfe und ein bisschen Glück habe ich es auch geschafft. Von daher... Easy peasy. Lemon squeezy. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder streame. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir folgen. Das wäre super nett von euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, natürlich. Warte kurz. Emma! Komm, wir ins Bett gehen? Komm, wir ins Bett? Ja? Ja, komm her. Komm. Komm her, hier. Da muss ich auch stehen. Wenn wir ins Bett gehen bleiben. Oh Gott. Ach, da. Nacht, Emma. Sag Nacht. Naja. Bist müde, ne? Emma will in uns Bett, ne? Du willst auch mal in uns Bett. Du hast dich schwer hingelegt, ne? Ja. Schwier hingelegt. Hat sich schon wieder auf meinen Schoß gelegt. Ne? Kannst du aufstehen. Wir gehen dann ins Bett. Deswegen brauchst du gleich Healing eigentlich. Naja. Gute Nacht. Bis nächstes Mal dann. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020